Das DHL Logistik Center in Greven. Eines der größten und leistungsstärksten Fulfillment Center in Deutschland. DHL ist langjähriger Partner von HSE24, dem Omnichannel-Händler für TV, Online und Mobile Shopping. Und hier ist das zentrale Versandlager sämtlicher Sortimente. Eine schlagkräftige Logistik. Dennoch betreibt DHL auch hier eine kontinuierliche Verbesserung. Die Ausgangslage war, dass durch Großgut an den bestehenden Linien die Leistung schlechter wurde und wir diese Großgutartikel an einer neuen Linie abarbeiten wollten. 2017 wurde dann der Bau einer Behältertransportanlage für eine Kombipacklinie mit Pufferzone beschlossen. Die grundsätzliche Philosophie von FS Solutions ist, modulare Systeme aufzubauen, mit denen man vielfältige Anwendungen abdecken kann. Die Lieferzeit ist von Anfang an ein sehr wichtiges Thema gewesen, weil wir ja viele Gewerke zusammenbringen müssen. Neben unserer eigenen Fördertechnik dann auch natürlich die Interroll-Fördertechnik. Somit musste alles wirklich termingerecht geliefert werden, was auch am Ende erfolgt ist. Die Anlage ist sechs Tage die Woche, jeweils 16 Stunden in Betrieb. An sechs Kommissionierplätzen werden großvolumige Einzelaufträge und Mischaufträge aus groß- und kleinvolumigen Waren bearbeitet. Über eine Behältertransportstrecke werden vorkommissionierte Artikel zur Packzone gebracht. Diesen Kommissionierplätzen ist eine dynamische Pufferzone für bis zu 400 Behälter vorgelagert. Die Anlagenverfügbarkeit liegt bei mindestens 98 Prozent. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die erweiterbare Pufferzone mit bis zu 400 Plätzen. Die Prozesse, die durch diese Lösung jetzt unterstützt werden, sind einmal reine Großgutaufträge, zum anderen Mischaufträge mit kleinen Artikeln, die aus den bestehenden Linien kommen und den Großgutartikeln, die an der neuen Linie schon bereitstehen. DHL setzt dafür auf eine Kombination aus Standardkomponenten von Interroll und kurvengängigen Mattenkettenförderern von FS Solutions. Während sich die Behälter auf den Weg zur Packzone machen, werden die Versandkartons in der richtigen Größe vorbereitet und auf ihrem Weg per Inkjet mit einem Barcode versehen. An den Kombipack-Arbeitsplätzen kommt dann alles zusammen. Hier wird die kleinvolumige Ware den Behältern entnommen und zusammen mit lokal bereitgestellten Volumenartikeln in die Versandkartons verpackt. Nach der Kommissionierung geht es weiter zum Versand. Die Pakete werden etikettiert, verschlossen und in den Hauptpaketstrom zum unmittelbar anliegenden DHL-Paketzentrum eingeschleust. DHL ist mit der Lösung sehr zufrieden. Im Laufe meiner Dienstzeit habe ich schon viele Projekte gemacht. Dieses Projekt in der Konstellation FS Solutions und Interroll war das beste Projekt, was ich bislang gemacht habe. Dank dieser perfekt umgesetzten und ausgeklügelten Lösung können sich die HSE24 Kunden über die stets zuverlässige Lieferung ihrer Bestellungen freuen.